Der Patella-Sehnenreflex ist ein wichtiger Bestandteil der klinischen Untersuchung beim Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Und was Sie dazu sonst noch alles wissen sollten, das zeigen wir Ihnen im heutigen Video. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulz und heute ist unser Thema Bandscheibenvorfall. Woran kann man ihn erkennen? Was muss man dazu fragen und wissen? Und er begrüßt ganz herzlich den Hartmut. Hallo! Hallo, Katze! Also ganz wichtig, beim Bandscheibenvorfall ist letztendlich, was der Patient berichtet. Und da gibt es drei richtig akute Zeichen dafür. Das ist zum einen mal ein Taubheitsgefühl in den Beinen, dass ich kein Gefühl mehr habe. Lärmungserscheinungen neu aufgetreten, auch insbesondere in den Harn- und Stuhlorganen. Das heißt, eine Harn- oder Stuhlkondens, die akut auftreten, von jetzt auf gleich. Das sind die absoluten Notfälle, die auf einen Bandscheibenvorfall hinweisen können, wenn man gleichzeitig hier hinten noch irgendwo Schmerzen im Rücken hat. Der Schmerz alleine, ohne diese ganzen Sachen, ist in der Regel kein wirklicher Hinweis darauf. Aber wenn es dann irgendwo kribbelt und nicht so ganz passt, dann ist das auf jeden Fall schon mal hochverdächtig dafür, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Wie war das bei dir am Anfang? Also ich bin nachts lachgeworden, habe mein Bein nicht mehr gespürt. Taubheitsgefühl. Taubheitsgefühl. Aber keine richtige Lähmung, oder? Keine Lähmung. Ich könnte stehen, ich könnte gehen. Und nachher kann auch das Flügel da rein. Okay, gut. Dann darf ich mal bitten, dich hier hinzulegen. Wir gucken dann mal, wenn so ein Patient dann zu mir kommt. Und der suche zunächst einmal, da bitte ich ihn nochmal kurz zu sagen, ob er hier alles fühlt, wenn ich hier so dran bin. Das funktioniert. Dann soll er mal die Füße nach oben ziehen, feste. Er hat auch viel Kraft, wenn er unten drückt. Er hat auch viel Kraft. Diese Krafttests sind ganz wichtig. Dann haben wir hier diesen tollen Hammer, den kennt ja auch jeder. Wo wir den Patellasebenreflex jetzt beidseitig geprüft haben. Man kann hier unten auch noch den Achillessebenreflex prüfen. Locker lassen. Genau, das funktioniert auch gut. Ein schönes Zeichen auch noch, wenn man hier so hoch geht, tut das hinten ziehen. Muss das weh? Nö. Wenn das jetzt weh tun würde, wäre das das Lasegzeichen, was positiv wäre. Hier, das tut auch nicht weh. Gut, dann gucken wir noch hier nach der Hüfte. Die ist ein bisschen steif. Und hier auf der Seite ebenso. Ab und zu mal Hüftbeschwerden wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das ist alles. Das heißt, wir haben jetzt hier seitengleiches Gefühl, seitengleiche Kraft. Wir haben seitengleiche Reflexe. Wir haben kein Lasegzeichen, was irgendwie auffällig gewesen wäre. Und bei so einem Patienten macht das jetzt beispielsweise prima, wisst ihr, erstmal keinen Sinn, eine Kernspinnenöbelreißung auszustellen. Sondern dem Patienten bitten wir jetzt, um uns auf den Bauch zu drehen. So, dann gucken wir uns mal hinten weiter, was hier noch so alles sein kann. Wie sieht es denn aus, wenn ich hier drauf drücke? Alles okay. Oder da drauf? Das ist auch alles in Ordnung. Gut. Das heißt, er hat auch kein Pireformis-Syndrom. Dann kann man hier mal gucken, wie sieht das aus. Hier so draufklopfen, tut da irgendwas weh? Ja, ein leichtes. Leichtes Glocken. Leichtes Glocken, ja. Okay, gut. Und dann kann man hier mal schauen, ist die Muskulatur etwas verhärtet. Aber das ist eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Weil, wenn die Patienten ein bisschen wenig trinken am Tag, dann ist es so, dass hier insbesondere das ganze Bindegewebe recht stark übersäuert und verklebt ist. Dann kann ich hier quasi nicht so schön die Hautfalle hochziehen. Gut. Ja, das wäre erstmal so die klinische Untersuchung. Wäre da jetzt was auffällig in dem Falle, wie zum Beispiel auf der einen Seite Ausfall der Reflexe oder auf der einen Seite schwächere Muskelkraft oder Taubheitsgefühl kribbeln, dann kann man darüber nachdenken, dass man ein Kernspiel macht. Da gibt es die Dermatome, die entsprechend wegweisend sind. Beispielsweise der Groß-C für ein L5-Problem und der Klein-C für ein S1-Problem und so weiter. Und dann muss man schauen, wie man da weiter diagnostisch vorgeht. Der Neurologe soll es dann untersuchen nach der Bildgebung. Und da muss man festlegen, was die Therapieformen sind. Bei dir wurde ja dann ein Bandscheibenvorfall festgestellt. Und wie war dann der weitere Verlauf therapeutisch? Also es war so, dass ich erstmal Facettenspritzen gekriegt habe. Und ein Sakralgelenk. Und eben Krankendastik und Massage. Ja. Und eben Schmerzmittel. Schmerzmittel. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig bei einer ganz akuten Reizung im Bereich der Bandscheiben. Es gibt ein Präparat, was zwar nicht so beliebt ist, aber eigentlich das Beste ist in meinen Augen, ist das Kortison als Stoßtherapie. Da müssen Sie jetzt aber nicht daran denken, dass Sie da innerhalb von einer Woche 20 Kilo zunehmen. Oder dass Sie da jetzt maximale Nebenwirkungen mit Osteoporose bekommen. Beim insulinpflichtigen Diabetiker muss man sagen, ist es schwierig, weil das eben der Gegenspieler vom Insulin ist, das Kortison. Aber ansonsten ist das in meinen Augen auch die effektivste Methode über sieben Tage. Und die Patienten dann deutlich schmerzgelinderter sind. Und ansonsten kann man natürlich mit Ibuprofen sich so ein bisschen über Wasser halten. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass man das wie Smarties in sich hineinschaufelt. Mit den ganzen Nebenwirkungen für die Niere, für den Magen-Darm-Trakt und so weiter. Das ist mit Sicherheit auch nicht so hilfreich. Von daher sind so krankagnostische Übungen, die man dann auch selbstständig macht, ganz wichtig und hilfreich. Und die Ultima Ratio, wie gesagt, die Operation, ganz am Ende, wenn das alles nicht mehr hilft, sollte man machen. Es sollte aber vorher wirklich eine fundierte klinische Untersuchung erfolgen. Es sollte geguckt werden, woher kommen die Schmerzen tatsächlich. Kommen sie jetzt von einem Wandscheibenvorfall oder kommen sie von woanders. Ich habe es relativ oft, wo ich es erlebe, die Patienten, die waren schon im Kernspin, warum auch immer. Und sie haben dann Schmerzen rechts. Der Bandscheibenvorfall ist tatsächlich auch da, aber leider auf der linken Seite. Das heißt, wenn man sich nur von den Bildern leiten lässt, ist man in unserem Schirm auch auf einem komplett falschen Weg. Was man an dem Links-Rechts-Phänomen halt sehr gut sehen kann und auch merken kann. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass der Bandscheibenvorfall eine ganz individuelle Veranstaltung ist und dass es auch nicht schwarz-weiß gemalt sein kann, dass sie genau diese oder jene Übung machen und dann ist ihr Bandscheibenvorfall perfekt behandelt und so weiter. Es muss nach einer individuellen Diagnostik gefunden werden und es muss natürlich auch ein Weg gefunden werden, wie es dann weitergeht. Und deinen Weg, den haben wir ja nochmal im speziellen Video gezeigt, der ging ja auch ohne Operation ab, indem du dann dreimal die Woche ins Studio gelaufen bist für ein, zwei Stunden und daran hart gearbeitet hast, bis du dann nach sechs Monaten wieder schmerzfrei zurück ins Berufsleben gefunden hast. Das ist eine ganz tolle Sache und wir haben Ihnen heute auch jetzt bei diesem sehr, sehr hochwertigen Thema Bandscheibenvorfall auch bewusst keine Übungen hier gezeigt, weil das wirklich eine ganz individuelle Sache ist, die Sie mit Ihrem Therapeuten klären müssen. Wenn Sie die Geschichte vom Hartmut sich nochmal angucken wollen, dann ist das in unserem speziellen Fallvideo nochmal nachzuschauen. Das ist sehr beeindruckend, was dort ist. Ansonsten haben wir noch unser Rückenschmerzvideo, was wir Ihnen hier einblenden, wo Sie nochmal reingucken können. Und ansonsten, wenn Sie noch Kommentare hinterlassen wollen, dann tun Sie das gerne hier unten. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und empfehlen uns weiter. Ich sage vielen Dank Hartmut und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.